Wie viel willst du setzen, Mann? Bis alles weg ist, Mann. Ich würde aufpassen, dass die da nicht weg ist. Spare dir das für deine Frau, Cowboy. Das sind 500 Dollar. Korrekt. Sind sie Bankhalter oder Anlageberater? Verdoppeln. Spielen wir hier oder nicht? Wo ist Herr mit der Drei? Die Drei, die wir uns verarschen. Ah, kannst du zaubern? Hast du ein Glück? Wir haben hier oder nicht? Wir sind nicht verarschen. Wir sind nicht verarschen. Wir sind nicht verarschen. Wir sind nicht verarschen. Ich bin nicht verarschen. Ich war es.